Moin oder Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit den Wochen drei Challenges. Wir müssen dafür vier blaue Ringe einsammeln in Lazy Lake. Es gibt noch auf der ganzen Map andere Ringe, also andere Orte mit Ringen, aber die sind für die nächsten Wochen gedacht und in dieser Woche müssen wir nur Lazy Lake finden und zwar vier Stück. Und ich zeige es euch in diesem Video, weil wenn die golden wären, dann wären es so die Sonic-Ringe eigentlich ganz lustig. So, das ist der allererste Ring, den wir hier haben. Wir müssen einfach nur uns hier hochbauen und den berühren. Ich kann die gerade nicht einsammeln, weil die Challenge noch nicht da ist. Die kommt jetzt gleich in einer Stunde. Das ist Ring Nummer eins und zwar hier unten an der Stelle hier auf der Karte bei Lazy Lake, also ganz weit im Süden. Der zweite Ring befindet sich da oben auf dem Baum, den sehen wir jetzt schon. Dafür müssen wir uns halt hochbauen oder wenn wir hier landen, können wir eigentlich direkt hier oben drüber fliegen. Sollte eigentlich ziemlich easy sein, dann sammeln wir diesen Ring hier einmal auf. Der nächste Ring ist hier vorne an diesem Eingang direkt und zwar hier an dieser Stelle bei den Schranken. Da laufe ich jetzt mal ganz schnell hin und zeige euch den. Ist eigentlich auch ganz easy zu finden. Genau hier sehen wir schon diesen Ring. Einmal hier nur berühren, dann haben wir den schon. Das war der dritte Ring und der letzte Ring befindet sich hier zwischen diesen Häusern und zwar bei der No Sweat Insurance. Da müsste er hier gleich am Start sein, zwischen diesen beiden Gebäuden. Da muss ich hier nur einmal hinlaufen, mich ein bisschen hochbauen und dann haben wir hier den letzten Ring. Das wären alle vier Ringe für diese Challenge und wie gesagt, die anderen Ringe, die auf der Karte existieren, die sind erst für die nächsten Wochen da. Das war es mit einem kurzen Challenge-Video. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Ich werde nachher noch den Community-Beitrag posten mit den ganzen neuen Coins für diese Woche. Wenn ihr da mithelfen möchtet beim Suchen, schaut gerne im Discord vorbei. Sobald ich alle zusammen habe, werde ich den Community-Beitrag posten, damit ihr das alles auf einen Blick habt. Und ansonsten, Leute, könnt ihr mich auch gerne im Item-Shop supporten. Ich glaube, heute Abend sollte der Captain America Skin kommen, also im nächsten Shop-Update, jetzt in zwölf Stunden. Gerne Creator-Code Oleg eintragen, Leute, wenn ihr mich da unterstützen möchtet. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der an mich dabei denkt. Und ich glaube, der Captain America Skin wird richtig, richtig sick. Dankeschön fürs Einschalten, Leute. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, da lasst ihn abonnieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.